hier ist noch nicht in den Amos ins Gesicht geworfen hast von oben ja das weiß ich noch und das war lustig das hat weh getan ich habe nur noch 6 30 hey hier ist noch eine ganze Eisenrüstung drin so ich hab man kann von mir sein ich hab's immer organisiert und bei mir ist gerade wieder der einheimische Bongo Bongo Stamm im Hintergrund zu hören mit ihren einheimischen Trommeln bitte einen recht herzlichen Applaus die Spiegel gerade mal wieder ein bisschen auf der Kasse ich bin hier was der ist noch gemacht so haben wir hier Waffen da ist er noch ein Schaufel die Akte die Kräfte alle die Erwachsenen Fläche in der Runde Schülse im Hintergrund dann haben wir alle den Wüßer mit einer Eisenschaufel ins Gesicht wollen wir dann aber im Nächter oder wir ziehen drei vier Blöcken Obsidian drumherum drei vier Schichten wir müssen sie unter der Erde machen dann passiert nicht so viel ach Pilze kommen auch nach oben oder er wollte mir ja noch was organisieren und zwar eine hübsche Kleinigkeit wie das hier zum Beispiel und wo kommen denn die Pilze hin kommen die hier rein Pilze ja ja wir kommen da rein die Pilze ach ja warum sind hier keine drin hm kann ja sein dass da keine reingehören brauchst du noch einmal Wasser nein dir den aus und schmeißen ihn wieder in die Kiste zurück wer lalalalalalalala die Musik die läuft ja bitte schön und jetzt der einheimische äh aus Frankreich auf seinem Akkordeon spielt hier gerade mal auch ein nachher wunderschön so gefällt mir das nun gut denn ermöglichten das Gold hier in ofen auch hier habt ihr die Bücher schon ausgerehrt und wir nachbefeuert das ist ja das habe ich vorhin gemacht Knochenmehl wollte ich haben aber erst mal ein Brötchen essen dann wolle haben wir hier rein ich bin ja auch doof ja Ja, Pflasterstein, Holzverbundes, Zaun. Stock gehört hier rein. Stein, wir müssen jetzt erst mal hier unser ganzes Inventar wieder ausleeren. Den Steinziegel, den werden wir brauchen. Der Stock gehört hier rein. Hä, was ist denn jetzt schon wieder? Scheren haben wir zum Glück auch nicht so viele. Nein, wir haben nur eins, zwei, drei, vier Stück. Machen wir mal fünf draus, das passt schon so. Ja, wir haben fünf Scheren. Ja, da können wir ja ganze Schafsfarmen niedermähen, ey, das ist kein Problem hier. Ich muss mal mal ein Texte weg, mal neu laden, irgendwie hat er da einen Fehler gehabt. Sag mal, Dominik, was hast du jetzt wieder für Probleme? Der Stock gehört hier rein. Ja, und was ist daran jetzt so lustig? Sag mal, gibt es eigentlich Monster? Hier spawnt gar nichts, das ist voll ungewohnt. Aber Monster sind ja an, wir sind ja in der Höhle ein paar begegnet. Da hinten steht ein NPC. Wie kann man diese komischen NPC-Zombies eigentlich heilen? Wie alles, das wusste ich mal, aber irgendwie habe ich das irgendwie vergessen. Oder verbrechen. Ich will ins Pennen. Von mir springen alle, ich schaue aus mein Bett raus. Ja, ja, ich warte, ich warte, bevor du dich ins Bett legst, ich will auch mal ins Bett gehen. Ach, schade. Aber irgendwann muss ja der Mitarbeiter auch mal schlafen. Ah, ich schlafe auch mal, je. Ok, wir schaffen alle auf drei. Eins, zwei. Bei mir geht es irgendwie nicht. Bei mir auch nicht Dominik legt dich ins Bett. Ah, schon. Bei mir war die Tür die ganze Nacht, die der Achsenmöden reinkommen könnte. Die unverantwortlich von euch. der natürlichen Achsenmörder werden es sonst das sind Skelette im Wasser ich werde gleich mal die Hucke voll basen hey zu weit ich will nur die XP Tja wie gewonnen so zerrottet und ja du hast mir weh getan was ich hab dir noch nicht weh gedacht ich hab das Skelett dahin getötet und jetzt nimmst du mir die XP weg das ist ja Hammer das kann ja nicht wahr sein das ist ne ganz tolle Wurst aber lässt einfach mal die Feine soll das hier nicht aufgeschüttet werden damit es wieder besser das mir laufen kann oder soll das so bleiben nö das hat der Dominik zerstört nein das soll so bleiben ja und auf manches Zeit zum Tempel ich verstehe das nicht ja jetzt kommt der heilige der heilige Baum kommt jetzt oh my oh my oh my Creeper oh oh my oh my oh das ist jetzt der Baum des Lebens in unserem heiligen Tempel das ist nicht so gut machen wenn du den kaputt macht zwar nicht dich schickst du drauf an macht den heiligen Tanz hier müsste es machen also jetzt sind Pflanzen wir hier die heiligen Kürbisse wir müssen dann nicken und dabei springen die ganze Zeit als immer wenn ihr nach unten guckt springen ja ja von mir aus ja ja machen wir was was muss da jetzt jetzt kommt nämlich der heimliche Geheimgang hier hin aber der Marcel baut ihn ja nicht die sollen in das Redstone Update einfügen dass man Repeater mit Dingen verdecken kann mit Stufen lauf Ozelote lauf um dein Leben sie können es auch einfach mit ähm der arme Ozelote also Kevin ey äh aber so ich hab mir nicht schwer getan hast du drei Honigwarmen verloren ne das war nur einer ok jetzt zimmern wir mal hier die Brücke hin Soll ich vielleicht mal so ne so anstatt den Herzen eine Honigfarmen machen ja das wär geil wenn du das schaffst dann wär's geil dann mach ich mir ein Banjo-Katsui ey ich muss mal gucken vielleicht gibt's ein Banjo-Katsui-Texturenpack das wär noch mal geil ich weiß aber nicht vielleicht find ich ja wieder das ummm ich hab das Idee aber dann werden wir wahrscheinlich wieder meine Zuschauer den Kopf abreißen ne 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 ich mein nur mit den Honigwarmen das mach ich und was was ist dann das Essen wie sieht es aus das weiß ich nicht keine Ahnung lass ich einfach Fleisch das ist ja so wir haben genug Kohle jetzt mehr was du ess nö und wie hast du nichts mehr nee die heute freilich genug in seiner Kiste drüben gibt dem nix der hat genug egal super ich habe auch genug wollte ich denn jetzt ach so schlafen äh nee war ja gerade ich wollte ein bisschen Cobblestone mitbringen warum rennt ihr mir eigentlich alle hinterher? Ja weil wir wissen was wir tun sollen Marcel läuft dir hinterher und ja ich läuft dir hinterher Westerstein Ofen warum müssen den Ofen? Also koppel, 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 koppel nehme ich mal alles mit, man weiß er nicht eins, zwei, drei eins, zwei, drei auf jeden Fall freut euch mal auf die Folgen nach 200 ich hab da ne Kleinigkeit vor so Abonnenten special mäßiges Dingens Zeug und ja lasst euch einfach mal überraschen hoffentlich machen da Abonnenten mit vielleicht wird ja einer Bamm, vielleicht wird ja einer ausgewählt es werden mehrere ausgewählt echt? Bin ich auch dabei nein du bist nicht dabei oh schade ist doch schade aber ich bin nur ein Abonnenten sind alle ausgeschlossen mir ist auch gefallen ich hab noch gar nicht Marcel abonniert oh wie doch, was du doch bring mir nix, so guckst ja eh nix ja aber trotzdem ein Abonnenten Abo und da Abonnenten Abo ist mir nix bringt dann habe ich schon wieviel habe ich jetzt, ja irgendwas mit 60 66 war nicht 7-nächtig? keine Ahnung wo soll ich das wissen, man sieht, man sieht, man sieht, man kann ja auch wir da gleich nachgucken, diese Abo geil ist sauer Ah ja, es waren doch 7 naja kriegst du wieder 5 Euro mehr im Monat, ne? nö, das sind nur 300 naja, das sind nur 300 ach so, ja ja dann ist auch gut hauptsache nix hauptsache nix verdienen, ne? ja, hauptsache alles außer nix ne, alles außer etwas, das muss schon sein ja, wie jetzt oft bestehst du, ne? ja, das muss sein wir machen jetzt doch den Tempest fertig wenn ich n Euro gewinn, dann n Euro gewinn dann ist alles zu spät Marcel, du gewinnst im Lotto ein Euro ne, nicht im Lotto, sondern im haben wir 6 investiert ja, das ist dann blöd fail ja, dann verliere ich ja, das ist jetzt hier der heilige Baum der heilige Baum des Lebens ich hätte ein Schild mitbringen sollen da hab ich jetzt aber keinen Bock drauf das heißt, dass jetzt hier der heilige der heilige Sonnenschein hinkommt ich hab keine Werkbanken dabei ey, wir sind im Dschungel also, wenn man im Dschungel Holzprobleme hat dann, ja, dann ja, den Spruch hab ich schon gebracht wie der Dschungel implementiert wurde scheiß dreimal auf Holz geklopft super, tolle Wurst ich hab nicht mal was gemacht weil du Holz eingesammelt hast ja, das ist scheißdreck einfach wieso bin ich jetzt im Wasser gelandet? weil du runtergefallen bist ich wollte das gar nicht oh ja, ja, dann dann haben wir jetzt auch schon die Aufnahme endlich beendet das ist genau das, was ich gemeint hab und ja super, ich hoffe, die Datei ist jetzt nicht im Arsch ja, ihr braucht eigentlich gar nicht mehr reden weil man hört euch sowieso nix mehr also dann, ähm wir sehen uns gleich wieder bis gleich, Leute wir sehen uns gleich, bis dann bis dann